Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rock'n'Lich 3 gegen 3 ranked mit Tiag und Gary. Und Gary hat mal sein erstes Anstoß darauf verkackt. Tatsächlich, ja. Ganz schlecht. Oh, meine, meine. Oh, scheiße. Hör. Oh mein Gott. Der war nice, gefasst. Wow. Okay. Ja, nein. Versuche ihn mal da zu spielen. Nein. Ja, rückwärts. Ja, nein. Nein. Sorry. Ich. Oh, der kommt ganz scheiße. Ja, Gary, wo bist du denn jetzt wieder? Der war so langsam in die Mitte geworfen. Jo, aber ich war zu weit hinten. Noch. Ah, ich dachte... Oh nein. Verdammt. Ja, die Wall habe ich mittlerweile schon aufgegeben. Ne, mit Walls hat das nicht so... Oh, sehr schön. Ich bin auch gesprungen, weil ich nicht dachte, dass du triffst. Ich treffe immer. Aber ich habe noch keinen Nitro gesetzt. Ich bin nur hinter dir in der Luft gewesen. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass der in der Mitte kommt. Wäre er links geblieben, hätte ich ihn nehmen können. Oh, war das knapp. Oh, sorry. Habe ich. Hm. Kannst du stopfen? Ja, ich habe es versucht. Oh, gesprengt. Ah, darüber bin ich gleich hinten. Oh, der ist nice. Ja. Nice. Sogar wieder eine Volllage dabei. Pass auf, gleich hat Gary wieder Retter. Jo. Er hat jetzt schon zwei Retter. Komm, man. Wir sind gerade erst wieder bei der Hälfte der Zeit. Oh, der kommt schön. Oh, kein Nitro für mich da. Da ist eins. Wir brauchen dich jetzt vorne. Ja. Sorry, aber ich wollte klären. Ach, war. Ja, ich war ja auch noch mit dran. Ich habe die klärt. So gut. Wir müssen immer zu zweit eine Wand bilden. Da kommen die nicht vorbei. Neh mich. Oh. Wieder zu zweit gehören. Egal, weg ist er. Das ist unsere neue Taktik. Wir gehen immer zu zweit ran. Ja, blöd ist es nicht. Damit decken wir größere Teil ab. Oh. 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 Ich. Ich versuch's. Ja. Ja. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Und ich habe eine Vorlage dafür. Ich hatte eine Vorlage. Maruzelle kriege ich dafür eine Vorlage. Ja, weil du es einfach bist. Ja, das war ein schöner, Gary. Der war gut. diesmal will ich nicht vorwärts rein weil es nicht glauben konnte wenn ich auf dem kopf mehr ein torschuss war es jetzt wirklich nett oder ein verdammt da haben sie uns ja aber der war von mir scheiße geklärt aber ich hatte blöderweise doppelt hat ich hab keinen bock wieder letzter zu sein okay jota geht schön weiter neben geblockt jetzt drehe mich doch hier ab Oh, da hat er die Wall-Fasselung. Oh, schöne Vorlage fand ich. Oh Gott. Nein! Oh mein Gott. Ich dachte nicht mehr drin. Oh, die gehen auch zu zweit drauf. Oh, sehr schön. Ja, mach ihn rein. Danke, danke. Oh, vielen Dank. Auch wieder sehr interessant. Jo, tschüss. 10 Punkte. Jo. Ja, ich liebe solche Gegner. Und wie er einfach noch Spielbester wird. Die ganze Zeit weiter rum, ich will die Letzte sein. Ich will die Letzte sein und dann ist einfach Spielbester. Ich hatte aber genauso viele Punkte wie Geri gehabt. Ja, hast du. Tatsächlich, ja. Gibt ja 100 immer noch mehr für Spielbester. Ja, du hast ja längeren Namen. Ich habe mir ja jetzt extra einen kurzen Weg geholt, damit man euch schlecht das Ziel auf dem Feld. Oh. Ach, schade. Ach, schade. Ach, schön, aber... Keiner da, Alter. Oh. Ach, ja. Ach, das ist gerade in der zweiten Runde, ne. Das ist gerade eben, oder? Oh, Gott, ich habe den Überblick verloren. Ähm... Ja, ich auch. nein doch es ist glaube ich jetzt die verdammt ich habe gerechnet das zu verfehlen es ist glaube ich die zweite ich weiß es nicht ja auch nicht ja ich glaube aber auch dass die zweite ist auf jeden fall sind wir jetzt hier in der nächsten runde egal ob sie dann ist halt die dritte ist mir auch egal die haben wir doch beide gewonnen oder wir haben nur einige spiel ich glaube auch dass in einigen spielen die haben wir gewonnen zwar jetzt haben wir es was schon kommt lang geil zum glück ist der daneben geflogen Nein! Oh, Mann! Ja! Oh, schade. Beide verfehlt. Nein, ich hab getroffen. Oh, shit. Hab ich. Okay, okay, okay. Come on. Ups, ich schubste hier gerade. Fall durch die Gegend. Kommt nochmal in die Mitte hoffentlich. Ein bisschen kurz. Oh. Fast hätte es geklappt. Okay, die sind doch etwas sauer. Hab ich. Und, 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 und. Nein, er ist dran. Dachte, er macht wieder alleine. Gut. Ich wurde gesprengt im Tor. Ah, schade. Och, schade, ey. Der war wieder schön, der Pass. Gesehen, dass du von mir fährst. Guck mal, jetzt beendet ich's endlich. Ja. Ich hab wenigstens eine Vorlage kriegen können. Ich hab auch keinen Schuss dafür bekommen. Ich hab nicht mal einen Tor-Schuss dafür bekommen. Schau mal, was passiert ist. Der hat die drei geschossen, ne? Ja, aber der hat die drei geschossen. Der hat die drei geschossen. Ey, oh mein Gott. Ja, aber du kriegst doch nochmal trotzdem den Tor-Schuss, wenn er bei ihm gehen würde. Ne, bekommst du nicht. Nicht immer, kommt euch die Geschwindigkeit an. Achtung, der trifft dich. Oh nein. Okay, den. Gary. Bist dabei. No. Und ich verfail. Post, post, post. Oh, oh. Oh nein. Und dann kassiert er, der Junge. Oh, das war... Das war aber gut gespielt. Ja. Oh. Ja, ich hab gesehen, dass der eigentlich gefahren ist, aber... Ich hatte leider wieder kein Salto mehr. Sorry. Post, schon. Oh. Kommt leider nicht ganz perfekt. Ich hatte da auch keinen Buß mehr, um hochzugehen, sonst hätte ich ihn verlängert. Oh. Okay, komm schon. Ich hab... mehr oder weniger. Nein. Zerstör mich nochmal. Na ja, doch, Ballon. Dann doch wieder Entscheidungsspiel. Ja, diesmal sind wir wieder sehr ausgeglichen mit allen möglichen Gegnern. Nie ne wirkliche Runde, wo man sagt, so bam, wir führen richtig, aber wir haben jetzt zumindest schon mal Leute, die nicht wollen im Team spielen. Sondern wir haben auf jeden Fall einen, der Einzelne ist. Dann schauen wir mal. Veteran, Veteran und versteckt. Na ja, probieren wir's aus. Ach, schade, er war dran. Sehr schön. Oh, schade. War aber ein super schöner Pass. Ja. Oh, yo. Geil. Danke. Ich hab mal gerne die ausprobiert. Guck, jetzt hab ich auch keinen Tausch ausbekommen. Ja. Strange. Na ja, der wär ja... Der wär auch nicht rein. Nee, war nur er. Ja, es war er allein, der wär ja von alleine überhaupt nicht rein, der wär ja wieder weggesprungen. Schade. Oh ja, Versuch. Boah, sorry. Aber ich hab den Torwart rausgerollt. Versuch noch mal. Schade, jetzt super war der nicht. Ich denke immer gleich nimmst du Gary mit, gleich nimmst du Gary mit, wo steht er denn jetzt halt nicht? Ich bin leider noch nicht da. Ich hab versucht zu verlängern. Ups. Boah, ich schieße zu uns. Oh, verdammt. Sorry. Da wird's mich jetzt interessieren, was da passiert ist. Ich bin angefangen gekommen, der hat mich drüber gespielt. Warum bist du dann nicht rückwärts gegangen? Satt er mit Nitro nach vorne? Aber das frage ich mich schon manchmal. Du fährst eigentlich nie rückwärts, oder? Oh. Der reicht. Kommt der? Der kommt schön, ja. Der kommt richtig schön. Jo. Nice. Ja, der hat er aber wieder mit reingehauen. Jo. Der ist ihm aus dem Dach gefallen. Harry, was ist schon wieder los? Alter. Null Punkte. Oh mein Gott. Harry, tu mal was. Jo, ich hole einen Boost. Nein, ich booste halt. Das wusste schon die ganze Zeit. Du wirst nichts anderes. Oh, der hat ihn getroffen. Ja, habe ich schon. Harry. Jo. Oh, er hat es geschafft. Oh, ne. Ich habe ihn weggekickt. Und ja, nice. Immerhin geht diese Dachpolitur nur mit deinem Auto, Gary, oder? Schauen wir mal, wenn ich das probiere. Ich lande ja am Dach und dann dreht es mich immer wieder auf die Räder zurück. Jo, dann geht das wohl mit meinen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon lange kein anderes Auto mehr gefahren. Ich wechsle ja regelmäßig. Ich habe jetzt das andere DLC fertig gemacht heute. Oh, okay. Oh, shit. Ich muss jetzt alles rückwärts pusten, ne? Warum wäre ich da jedes Mal schneller damit? Ich drücke jedes Mal rückwärts, wenn ich meine ich war zu schnell und dann wäre ich einfach noch schneller damit. Nein. Wie macht aber auch nur der gleiche Mann vor? Ja, aber es war auch eine supergeile Vorlage. Da kann man jetzt echt nichts sagen. Ich mach. Okay. Nein. Ah, genau auf die andere Seite. Okay, jetzt wieder Concentration, ne? Ich glaube, das dritte Spiel jetzt, ja. Was hat der gemacht? Ich mach. Nicht. Oh, sorry. Okay, scheiße. Alter, da konnte ich gerade wenig machen. Wenn ihr beide schreit, ihr macht, dann fahre ich raus und da trifft einfach keiner von euch. Wir haben uns so ein bisschen gegenseitig. Der eine wollte rechts rumdrehen, der andere links rumdrehen und dann. So, 30 Sekunden, wir legen jetzt hinten, ne? Ja. Ah, nee, das... Ach, ey, dann ole ich ein bisschen. ja nein so nicht dass mich also so schade ist der andere war sowieso schneller es sind alle drei gesprungen und der war einfach schneller ja leute dann haben wir jetzt doch noch mal eine niederlage hier eingesteckt wir sehen uns das nächste mal in einer weiteren folge und bis dahin servus und tschau